Wir sind im Walzweg in Münchenstein. Ich bin bei Verena angekommen. Verzähl doch gerade selber, was machst du alles? Ich meine, es spricht ein bisschen für sich, es geht um Mode. Aber wie gehst du vor? Ich mache fast alles. Also ich habe eigene Kollektionen. Ich mache natürlich fast Nacht, ich mache Mass-Sachen, ich mache Filme. Also Bestatter habe ich jetzt immer gemacht. Wie gehe ich vor? Es kommt einfach zu mir. Also ich habe gesehen, dass du zum Beispiel auch kein Material schauchst. Ich meine, mit Läder arbeiten ist es auch nicht gerade ohne. Es ist toll. Es ist super toll. Es ist nicht ohne, aber es ist toll. Und ich liebe Materialien. Mit allem. Möglichst mit verschiedenen Materialien. Hast du Kunstgewerbeschule gemacht oder ist das deinem inneren Drang gefolgt gewesen? Und hast du dich auf den Weg gemacht? Wie hast du dich dazu ausgebildet? Ich habe einfach Damenschneiderlehre gemacht und bin dann ganz weg vom Beruf, weil ich es irgendwie blöd gefunden habe und bin aber über das Theater wieder zurückgekommen. Also und heute ist eine grosse Leidenschaft. Es gibt nichts mehr anderes, nur noch das. Wann kommt man dann im Speziellen zu dir? Hast du jetzt auch viele Leute, die, wenn man ein bisschen Probleme hat mit der Figur oder so, gibt es das immer wieder einmal, dass man wirklich sagt, ich muss jetzt Mass-Geschneider-Hand. Kommt man dann vor allem auch, weil man dann auch etwas ein bisschen Exaltierteres möchte? Ja, weil man einfach ein Einzelstück möchte und etwas, was genau auf die Person gemacht ist. Und auch für bestimmte Anlässe, also Fester, Partys, ja. Was kann man sich dann vorstellen? Ich meine, ich denke mir jetzt ja, wenn du jetzt auch Filmsätze und so bestückst, dann bringst du dir die ganze Fantasie mit. Das können wir dir jetzt auch den Auftrag geben und sagen, Hör, jetzt möchte ich gerne mal ein tolles Costumefest machen, aber es wäre immer noch mein Traum. Vielleicht übernimmt irgendjemand die Idee, ein Costumefest voll bestücken wäre möglich. Ja, sicher. Es ist möglich. Es gibt keine Grenzen, es ist alles möglich. Ich habe ja gerade das Fantasy-Hörspiel gemacht. Nein, es ist alles möglich. Je verrückter, je lieber. Es ist unglaublich, was man da alles antrifft. Jetzt bin ich bei der Katrin Zellweger gelandet. Da seht ihr die Keramik vom Feinsten. Sage ich das jetzt richtig? Ist das Töpferei-Keramik? Wie sagt man genau? Also in dieser Technik sagt man Majolika oder Faience. Jetzt musst du mir aber gleich weiterhelfen und den Zuschauern. Wie unterscheidet sich und was ist das? In der Töpferei arbeitet man vor allem mit Glasuren und Schüsselgeschichten. Ich mache figurliche Sachen. Die Majolika-Tradition ist sehr alt. Die ist aus dem 15. Jahrhundert. Bernhard Ballissi hat sie eigentlich ins Leben gerufen. Später haben dann Schüler von ihm weitergefeucht. Und jeder musste dann wieder neue Glasuren finden, die da gegangen sind. Ursprünglich ist es so, dass die Farbgebung, also die Malerei, mit der Glasur stattgefunden hat. Später ist dann die Porzellanmalerei dazu gekommen. Ich mache jetzt eine Kombination zwischen Majolika und Porzellanmalerei. Das heisst, meine Sachen werden modelliert. Dann roh brennt, dann zum Teil mit Oxid in Glasure oder unter Glasure bemalt. Dann glasiert, dann ganz hoch brennt bei 1250 bis 1280 Grad. Und dann gehe ich mit Porzellanmalenfarben drauf. Und dann gibt es noch einmal drei bis vier Brände, bis die Arbeit fertig ist. Eine Arbeit geht im Schnitt zwei bis drei Monate, bis sie steht. Was war bei dir zuerst das Malen oder das Töpferen oder Figuren machen? Was kam zuerst vom künstlerischen Teil? Ich komme eigentlich aus der Malerei und musste mich mit dem Atelier verkleinern und habe kleinere Formate gesucht, eine neue Technik gesucht und bin dann in Porzellanmalerei. Ich habe hier auch meine Dokumentationen, die zuerst zeigen, dass ich auf Teller gemalt habe, gekaufte Teller, Porzellan-Teller, und das hat mich dann ein bisschen langweilen. Und habe gefunden, ich müsse selber die Form finden und habe mich dann auch Konto und ausgebildet auf diversen Kursen in der Keramik und im Brennen. Also ich brenne hier auch in diesem Ofen und ja, so bin ich eigentlich zur Maiolica gekommen. Und vielleicht haben auch dir jetzt noch etwas Schmucks gesehen, das eurem Geschmack entspricht. Also kommt vorbei und mich natürlich ein bisschen Gas geben, sonst hättest du vor der Weihnacht auch hier nichts mehr. Und ich bin auch jetzt auf der想ge, immer noch etwas weiß, was ich. thought torec den Start stark fest!